Wurzen. Am 30. Oktober wurde in der Stadtbibliothek Wurzen der Sächsische Bibliothekspreis vergeben. Die mit 10.000 Euro datierte Auszeichnung wird seit 2013 jährlich vom Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus in Zusammenarbeit mit dem Sächsischen Bibliotheksverband verliehen. Die Stadtbibliothek Wurzen wurde von der Jury insbesondere für ihre Vernetzungsarbeit, Zukunftsorientierung und ihre attraktiven Angebote für Kinder und Jugendliche gelobt. Wurzens Oberbürgermeister Marcel Buchter hob im Rahmen der Verleihung das Engagement von Bibliotheksleiterin Sophie Kleis und ihrem Team hervor. Sophie Kleis bedankte sich im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Auszeichnung und lobte gleichzeitig auch die Leistung und das Angebot aller sächsischen Bibliotheken aus.